Beim Bearbeiten meiner Videos in Pinnacle Studio nutze ich oft Tastenkürzel oder Befehle, die ich über die Tastatur ausführen kann. Das hat einen Vorteil, dass ich die Funktion nicht mit der Maus zuerst suchen muss, sondern direkt mit einem Tastendruck ausführen kann. Wenn ich ein neues Projekt erstelle, ist die Timeline anfangs leer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Video einen Rohschnitt erstellen möchte, dann gehe ich wie folgt vor. Ich klicke mal den ersten Clip an, den ich vielleicht verwenden möchte oder auch nicht. Und schaue mal, was hat es in diesem Film überhaupt für Szenen drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach den Anfang und den Schluss schneiden möchte, was ja in der Regel bei jedem Clip sein sollte, dann kann ich sogenannte In- und Out-Punkte setzen. Also einen In-Punkt und einen Out-Punkt und kann dann diesen Clip an die Timeline senden mit diesem Befehl. Der Clip wird mir automatisch auf die Timeline gesendet und die Playline wird am Schluss des Films hinzugefügt. Jetzt gibt es Tastenkürzel, um diesen Prozess etwas zu beschleunigen. Und zwar, wenn ich jetzt den zweiten Clip nehmen würde, dann würde ich das so abspielen. Dann kann ich mit der Taste I den In-Punkt setzen und dann schaue ich, bis wohin meine Szene dauern soll. Und mit der Taste O setze ich den Out-Punkt. Und mit der Taste B, das wäre dann diese hier, würde ich den Clip an die Timeline senden. Welcher Tastenkürzel bereits vorbelegt ist, sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über den Befehl gehen. Hier zum Beispiel Markout O, Mark in I, an die Timeline senden B. Jetzt gibt es für fast alle Befehle Tastenkürzel, dann sehen Sie den Buchstaben. Zum Teil gibt es auch Befehle, die man nicht direkt zieht, sondern über einen, ja, vielleicht irgendwo aufrufen müsste. Jetzt, wenn ich jetzt beim Rohschnitt die Taste I, O und dann B wähle, sind die Tasten nicht direkt nebeneinander. Ich könnte also diesen Prozess noch etwas optimieren. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel die Taste I, O und P nehmen könnte. Also ich möchte zum Beispiel, dass ich diese Funktion nicht mit der Taste B, sondern mit der Taste P, wie Peter, ausführen möchte. Hierzu gibt es in Pinal Studio eine Einstellung, und zwar über Option, Einstellungen, Tastatur, kann ich mal zum einen sehen, welche Befehle sind überhaupt belegt. Und zum Beispiel an die Timeline senden ist dieser Punkt hier. Und hier sehen Sie, dass das über die Taste B aufgerufen wird, diese Funktion. Ich könnte nun hier sagen, ich möchte das in Zukunft über die Taste P aufrufen. Dann drücke ich einfach einmal die Taste P und sage dann zuweisen. Und jetzt wird mir diese Funktion überschrieben. Wie Sie vielleicht gesehen haben, wurde die Taste P für eine andere Einstellung bereits verwendet. Sie müssen also darauf achten, dass Sie nicht jetzt da ein Durcheinander machen und dann nicht mehr wissen, was genau welche Funktion ist. Sie können das dann auch alles wieder zurücksetzen. Also Sie können alles zurücksetzen oder einfach aktuelles. Oder diese einzelne zugewiesene Funktion wieder entfernen. Aber ich habe jetzt mal die Taste P genommen und sage OK. Das heisst, ich kann jetzt im Prinzip einen solchen Clip nehmen. Dann I drücken, weiterspulen, Taste O und dann direkt P. Und jetzt wird mir dieser Clip auf die Timeline hinzugefügt. Wenn ich da diesen Befehl aufrufe mit der Maus, steht immer noch B. Das ändert sich nicht, aber ich weiss ja im Hinterkopf, dass ich diesem Befehl die Taste P zugewiesen habe. Wenn Sie eine Auflistung sehen möchten, welche Befehle es gibt in Pinnacle Studio, dann können Sie zum einen eben hier in den Einstellungen schauen, welche Optionen es gibt und welche Befehle bereits zugewiesen sind. Sie sehen, da gibt es eine ganze Menge. Oder Sie können auch im Handbuch auf Seite 505 nachschauen. Da wird nochmals aufgelistet, welche Tastenkombination welchen Befehl ausführt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Sie können ebenfalls diese Tastenkürzel anwenden beim Bearbeiten Ihrer Projekte. Und freue mich über Feedback und freue mich, wenn Sie das Video positiv bewerten oder den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. In dieser Videoanleitung zeige ich Ihnen, wie Sie so einen Titel erstellen können, der während dem Abspielen noch leicht animiert ist. Wie Sie sehen, habe ich diesen Titel bzw. diese Animation in drei Titel unterteilt. Ich zeige Ihnen nun Schritt für Schritt, wie ich das gemacht habe.